Ja, los! Also wir haben das Boot hauptsächlich aus Styropor gebaut. Hier unten haben wir zwei Verbrüllflaschen untergebaut, damit es möglichst wenig im Wasser liegt, damit wir möglichst wenig Wassergewiderstand haben. Hier unten haben wir zwei Glasblatt noch eingebaut, die wir zur Stabilisation des Brotes nehmen, damit es auch gerade ausfährt. Und dann haben wir hier den Eintrieb eingebaut. Hier guckt ein Glasröhrchen raus, das hier oben mit einem Stopfen verbunden ist, wo der Luftballon drauf sitzt. Durch das Glasröhrchen kann man dann die Luftballon aufpusten und dann fährt das los. Ja, und das Boot soll eigentlich so bedeuten, also das Boot heißt ja RSA, ein Symbol für unsere Schule. An erster Stelle steht hier ein Kapitän. Ja, da haben wir vor einem Bild drauf geklebt, das Gesicht von unserem Schulleiter, Herrn Schui. Der Kapitän soll darstellen, wie er das Boot durchs Gewässer leitet mit seinen Passagieren und Herr Schui, wie er die Schüler durch die Schulzeit leitet. Ja, das war jetzt eigentlich die Gesang. Ja. 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 Ja.